Der neue Bud Spencer ist da. Mein Herr, du, du brauchst nur einen Wunsch auszudrücken und ich werde ihn dir erfüllen. Das ist ja unglaublich, ich sitze in einem fliegenden Rolls-Royce. Guck mal da unten, das Verkehrskauf. Hallo Leute, macht es euch Spaß, im Stau zu stehen? Wenn ich das in der Schule erzähle, glaubt mir das kein Mensch. Dann behalten wir es doch für dich. Das macht ja mehr Spaß, als mit einem Jet hier lang zu düsen. Hallo, ihr Ameisen da unten, könnt ihr uns sehen? Er macht die unmöglichsten Dinge möglich. Pass auf, dass wir nicht gegen den Wolkenkratzer fliegen. Tu mir den Gefallen, rette ihn. Er vollbringt wahre Wunder. Was er will, das geschieht auch. Ich bin Schockstelle. Das ist der Begel, die Hunde sollen ihn in Stücke reißen. Lass sie zu kleinen Schoßhündchen werden. Aber gar nicht. Was? Hallo? Er verfügt über Zauberkräfte. Dann wollen wir mal. Oder noch Liste 2. Wartet, wir müssen doch mit euch abrechnen. Er ist Aladin. Bud Spencer in seinem neuesten Film und seiner schlagkräftigsten Rolle. Schockstelle in seinem neuesten Film und seiner schlagkräftigsten Rolle. Aladin. Schreif doch, ich komme jetzt! Schieß endlich! Komm her, du! Komm! Und zu ihm anpacken! Die werden von einem Trump-Hubschrauber verfolgt. Unternehm doch was! Die wollen wir erstmal näher rankommen lassen. Bringt sie zur Landung! Bitte, halt mich fest! Halt mich fest! Ich will nicht abstürzen! Das brauchst du auch nicht! Nimm zum Glück die Platz! Wer Aladin kennt, muss abheben! Drüber hinweg oder drunter durch? Allhauptsache nicht dagegen! Aladin.